Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, guten Abend miteinander. GOP hat viele Partner, um täglich für Sie da zu sein. Preis, Qualität und Auswahl. Und einer dieser Partner ist der Käsermeister. Das Handwerk, das ist ja eine Kunst mit uralter Tradition. Herr Isli, ich nehmt jetzt Wunder, wie viele Liter Milch braucht es denn jetzt eigentlich für einen 80 Kilo schweren Ammentaler? Rund 1000 Liter, also die tägliche Milch von etwa 80 Kühen. Und der Milch tun wir unter anderem das natürliche Land zusetzen, damit aus der Milch Käse werden kann. Sie haben uns hier verschiedene Instrumente mitgebracht. Für was braucht man diese? Das hier, das ist eine sogenannte Käseharfe. Und das hier? Das ist eine Kälte. Und beides braucht man zum Rühren. Sobald das Milch eine gewisse Festigkeit erreicht hat, wird sie mit der Käseharfe sorgfältig verschnitten. Und jetzt seht ihr gerade, wie aus der Käsemasse die sogenannten Käsekörner entstehen. Und der Holzreif, der gibt dem Käse die richtige Form? Jawohl, das ist ein sogenannte Jahrb, wie wir sagen. Und jetzt wird die Käsemasse so in einem Tuch aus dem Käse zogen und kommt dann in diesem Holzreif unter die Presse. Nach dem Salzbad kommt dann die lange Zeit der Lagerung, der Reifung und der sorgfältigen Pflege etwa vier bis fünf Monate. Das wird im grobeigenen Käslager von erfahrenen Spezialisten besorgt. Für die Kontrolle braucht es so einen Käsebohrer. Jawohl, das ist ein Käsebohrer und mit diesem machen wir die Käseprobe und schauen, ob der Käse die richtige Reifung für den Verkauf erreicht hat. Jetzt hätte ich aber noch eine Frage, Herr Riesli, wie kommen denn sonst die berühmten Löcher in Emmentalern? Das ist unser Geheimnis. Danke schön, Herr Riesli. Coop als Ihrer Käsespezialist offeriert Ihnen in Ihrem Coopladen, was es für eine richtige Kästeilentimme braucht. Der charaktervolle Emmentaler, der bekannte Greyerzer und der rassig Urschweizer, der Sprienz. Aber auch der würzige Apiceller und der milde bis rezentige Tilsitter. Der Kästeilent macht einige. Und gerade jetzt läuft bei Coop eine grosse Aktion mit Schweizer Raclette Käse und einem fixfertigen Lioba Fondue. Aber auch der St. Paulin Suisse und der Tilsitri 1A Qualität sind dabei. Und der Tartare und der Petit Elise aus Frankreich. Sie sehen, Coop ist eben auch Ihrer Käsespezialist. Achtet Sie also auf die Aktionsplakate an der Coop-Schaufest. Und Sie werden sehen, Coop ist auch Ihrer Käsespezialist. So, und jetzt wünschen wir Ihnen noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen bis am nächsten Mittwoch um die gleiche Zeit. Das ist das aktuelle Angebot vom Coop-Fotoservice. Farbkopien im Standardformat und extra gross gibt es jetzt für nur 60 Kg. Und bis zum nächsten Zeitstag gibt es bei Coop röstfrischen Bohnenkaffee Exzellento 250g für 2,90 Kg, 500g für 45 Kg und Café du Connoisseur 250g für 3,30 Kg. Zwei Dosen Champignons de Paris für 2 Fr. Ein Liter Coop Citro für 55 Kg und ein Liter Coop Crepe für 65 Kg. Und noch morgen, übermorgen und am Samstag eine Dose feine Midibohnen statt 2,70 Kg nur 2,20 Kg. Hier noch der aktuelle Preisschlager. Bei Coop gibt es jetzt Kinderstrumpfhosen in verschiedenen Farben für 4,90 Kg bis 5,90 Kg. Je nach Grösse. Auf Wiedersehen bis am nächsten Mittwoch. Auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal.